So, jetzt gehen wir mal zu irgendeinem Passanten hin, Frank, irgendeinem Passanten, wie heißen Sie jetzt gleich? Ich bin der Neue. Er ist der Neue, er war noch nie auf der Wiese. Ich war erst mal auf der Wiese, genau. Und woher komme ich denn so? Also vom Land, oder? Ja, ich komme natürlich da aus dem Hinterland von Garmisch. Ja, bist du im Hinterland. Typischer Tourist, als erstes hat er einen bayerischen Lederbaum, so, aber wie soll ich sein? Ja, den habe ich von meinem Land. Das ist schon eine Wiese, will ich dir, gell? Ja, das ist schon eine Wiese.